Wie würdest du dich von Emojis beschreiben? Ich glaub, das hier erklärt alles. Was sind deine Hobbys oder bist du hobbylos? Ich mache YouTube und allgemein Sport, also ich spiele auch Fußball. Würdest du erst sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer? Ich bin erst so ein Mensch, der sagt, dass das Glas halb voll ist. Warum kein langes Video heute? Ich hab' nur noch einen Kanal extra für lange Videos gemacht. Das ist der angebindete Kommentar. Wann gehst du am liebsten aufs Klo? Zuuu. Ich bin ehrlich, immer mittags, nachdem ich gegessen hab.